Servus zusammen. Heute zeige ich euch wieder den Ender-Tanz. Und zwar ist der Tanz Everybody Knows. Der Tanz hat 2. Accounts, 4 Wände, keine Rücken, kein Lichtart. Den Koordinatierzustand von James Thorpe. Der Saugersuch, Everybody Knows, stammt von den Dipsy Chips. Der Tanz geht an, nach rechts, rechts, ran, schaffeln nach vorne, links, ran, schaffeln zurück. Als praktisch eine modifizierte Rumba-Box. 7, 8, rechts, ran, schaffeln nach vorne, links, ran, schaffeln nach vorne. Noch einmal. 7, 8, rechts, ran, schaffeln nach vorne, links, ran, schaffeln nach vorne, links, ran, schaffeln nach vorne. Jetzt geht es weiter, nach rechts, vorne, schaffeln nach vorne, schaffeln nach vorne, schaffeln nach vorne. 1, 7, 8, rechts, ran, schaffeln nach vorne, schaffeln nach vorne, links, ran, schaffeln nach vorne, links, ran, schaffeln nach vorne. Schaft rein, links. Dann machen wir die Zelle. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und von der Zelle mit Modellifierung nochmal aus. 7, 8, rechts ran, schaft rein, vor, links ran, schaft rein. Schaft rein, back, flex ran, schaft rein, viertel, step, hand, schaft rein, links. Jetzt geht es weiter mit dem rechten Fuß, mit einem Rock Step, Coaster Step. Dann haben wir links einen Rock Step und einen Sailor Turn, viertel, links ran. 1, 7, 8, Rock Step, Coaster Step, Rock Step, Sailor Turn. Wir müssen uns auf der Zelle. 1, 7, 8, Rock Step, Coaster Step, Rock Step, Sailor Turn. 1, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und das Ganze von vorne mit dem Rumba Box multipliziert. 7, 8, rechts ran, schaft rein, vorne, links ran, schaft rein, schaft rein, back, rechts ran, schaft rein, schaft rein, schaft rein, schaft rein, links, Rock Step, Coaster Step, Rock Step, Sailor Turn. Jetzt ehrlich, Fuß, vorne, jetzt steuer. Jetzt K Street, rechts, Cross, Cross, Touch, dann mit links rein, Cross, Touch. Und dann, eine Chest Box, mit Förderbelegung rechts herum. Dann schaft dann, der Rollen Uhr, oder? Das beginnt von vorne. 7, 8. Cross, touch. Cross, touch. Chest, box. Mit step. Okay, nochmal. Legen die Hunde von hinten. 7, 8. Cross, touch. Cross, touch. Chest, box. Step. Drücken. Einmal mit 10. Mit 10. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, wir arbeiten rechts ran. Scharfe voll. Gut. Dann folgern folgen. Das ist fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Rechts ran. Scharfe voll. Links ran. Scharfe, bang. Rechts ran. Scharfe, viertel step. Hallen, scharfe links. Rock, step. Coaster step. Rock, step. Sailor, step. Cross, touch. Cross, touch. Chest, box. Roll, turn, step. Okay. Das war schon das Tanzen. Keine Brücken, kein Real Start. Also very easy. Und ich denke mal, den kriegen alle hin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Lernen. Bis bald. Bye, bye. Halen. Opel?